Hallo, ich brauche bitte die Polizei hat einen Rettungswagen zum Bahnhof Bautzen, also ich wurde gerade ins Gesicht geschlagen. Alarm, Alarm, es gibt Neues vom Anzeigenhauptmeister, ja, und nachdem ich schon gefühlt 20 Videos über ihn gemacht habe, gibt es hier direkt das nächste, denn die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. In den letzten 1-2 Wochen hat der Anzeigenhauptmeister einfach wieder absolut random Dinge getan, die keinen Sinn ergeben. Und ja, er wurde auch schon wieder geschlagen. Der Arme, Dicker, der Arme. Naja, das erste Video, was mich direkt gut einstimmt, ist dieses TikTok, was ich hier gesehen habe. Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit nem Transgender rumge... In welcher Simulation leben wir eigentlich? Es ist 2024 und Leon Machère, der gefühlt gleich aussieht, seitdem er 16 ist, und der Anzeigenhauptmeister machen einen TikTok zusammen und tanzen zu Leon Machère seine Mallorca-Song. Wo sind wir falsch abgebogen in der Timeline? Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's wie sie ist ein... Der Bruder weiß gar nicht, was er da machen muss, ne, der... Leon meinte einfach so, ey, ey, komm, Niklas, Mathe, komm mal ganz kurz, wir machen schnell TikTok und fertig. Was ist das für eine Psychose? Vor allem auch noch dieses Lied im Hintergrund. Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit nem Transgender rumgemacht? Hä? Ich hab grad so 50.000 Fragezeichen über meinen Kopf und weiß... Ich hab einfach keine Ahnung, was hier grad passiert. Aber egal, schlaft drauf, ihr checkt. Der Anzeigenhauptmeister, mittlerweile kennt ihr das gesamte Land. Ja, Leon Machère macht Videos mit denen, da machen andere Leute Videos mit denen. Guckt mal hier, das passiert, wenn der Anzeigenhauptmeister draußen unterwegs ist, in der Nähe von einer Schule. Er ist einfach die bekannteste Person in Deutschland. Würde auf der anderen Seite Drake stehen oder Cristiano Ronaldo, Bro, die Leute würden sich einen Sch**z für Ronaldo jucken. Die würden alle zu dem Anzeigenhauptmeister rennen und auch Fotofragen. Schau mal da hinten sogar mit Kamerateam. Der ist wirklich im ganzen Land bekannt. Ich hab den Anzeigenhauptmeister, oh mein Gott, da kommen noch mehr, nach Domaran zu uns bestellt für eine Podcast-Folge. Ihr habt jetzt die Möglichkeit... Die rennen einfach zu ihm. Die rennen einfach im Vollspiel. Irgendjemand hat in der Schule so gesagt, ey Leute, habt ihr schon gehört, der Anzeigenhauptmeister, der ist grad bei uns in der Stadt. Jeder im Alter von 14 bis 18 direkt alles stehen und liegen gelassen, rausgerannt und zu ihm. Ich hoffe ja jetzt wirklich, dass der Anzeigenhauptmeister irgendeinen smarten Move bringt und irgendwie auch anfängt zu streamen. Streamen oder YouTube-Videos zu machen. Stellt euch mal vor, wie unterhaltsam das wäre, wenn der einfach so live geht auf Twitch. Er macht so einen IRL-Stream und streamt einfach so, wie er die Parksünder grad beim Parken, beim Falschparken erwischt. Der hätte 100% über 10.000 Zuschauer. Aber ich weiß auch nicht, ob das gut endet, weil ich sag dir ehrlich, gib dem Bruder 20, 30 Minuten, wo er da unterwegs und live ist. Direkt werden ihn die Leute Stream snipen und wahrscheinlich auch noch verprügeln. Der Arme, Digga. Der Arme. Egal, wo er hingeht, der wird gejagt und geschlagen. Aber das wundert mich auch nicht, dass er gejagt wird. Bruder, der ist der auffälligste Mensch in der gesamten Stadt. Jeder erkennt ihn aus 1000 Meter Entfernung. Hab nur ich das Gefühl oder lebt der Typ in dieser Kleidung? Ich wette, der schläft sogar mit diesem Helm. Der hat diesen Helm seit zwei Monaten nicht mehr abgesetzt. Anzeigenhauptmeister im Club? Was? Hat der Anzeigenhauptmeister etwa noch ein normales Leben? Und geht normal feiern? Wie ein normaler Mensch? Alle Hände gehen nach oben für die Bildzeitung und den Anzeigenhauptmeister. Ah ja gut, Sch*** drauf. Wenn ich ihn da schon wieder sehe mit seinem Anzug und seinem Helm. Ey, der geht wirklich überall hin damit. Der geht einkaufen damit. Der sitzt am Sonntags am Mittagstisch mit seiner Familie so. Alle sind normal drauf. Und der Bruder trägt das. Der trägt auch das und ist auch da in seiner Rolle. Der chillt da einfach im Club hinter dem DJ-Pult. Der Bruder ist VIP. Der steht da oben, hat seine eigenen Flaschen auf dem Tisch. Und unten warten nur die ganzen Chayas, die ganzen Chicks, die ganzen Groupies, die ganzen Fangirls von ihm. Und sagen, oh mein Gott, Anzeigenhauptmeister, bitte hol mich hoch. Bitte, bitte, ich will zu dir hoch ins VIP. Denkt ihr, dass es passiert? Denkt ihr, der Anzeigenhauptmeister hat einen von diesen Moves gemacht? Und hat einfach so ein Groupie da abgeschleppt und hat die einfach gepullt, nur weil er der Anzeigenhauptmeister ist? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Der verteilt sogar die Getränke im Club. Boah, was ist das für ein geiler Abend. Stell dir vor, du wirst so mit deinen Jungs feiern in diesem Club. Und du denkst dir nichts. Du hast doch keine Ahnung, dass irgendwie der Anzeigenhauptmeister heute da ist. Du bist schon so voll suftiger, voll Rille. Und auf einmal steht der Anzeigenhauptmeister neben dir und drückt dir einfach so ein Bier in die Hand. Boah. Perfekter Abend, wirklich. Besser geht's nicht. Ach und by the way, Freunde, ich hab jetzt auch noch einen Zweitkanal. Der heißt Bennat der Kleine. Einfach nur so, okay? Ich hab nichts an mir, was klein ist oder so. Ich hab das einfach nur so genommen, diesen Namen, okay? Spart euch eure Kommentare. Ja, der ist direkt als erstes in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Da kommen so ein paar Gaming-Videos, wo ich ein bisschen so zocke. Und das ist dann so auf lustig gemacht, ne? Ja, abonniert, falls ihr cool seid. Und abonniert nicht, wenn ihr halt einfach Lutscher seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verliebt, Verlobt, Vertrieb. Und heute hab ich einen Gast dabei. Und zwar den Anzeigenhauptmeister. Bruder, ich kann das doch nicht mehr. Die Inception wird immer größer. Jetzt macht der schon Podcasts. Was kommt denn als nächstes? Der sitzt 100% 2025 in der DSDS-Jury. Niklas, stell dich mal bitte kurz vor. Ja, hallo. Ich bin der Anzeigenhauptmeister Mathe. Hallo, ich bin der Anzeigenhauptmeister Mathe. Hey, und ich kümmere mich um die Falschparker. Dieser Dialekt gibt auch immer noch diesen kleinen Bonus obendrauf. Das wäre alles nicht halbst lustig, würde er normal reden. Aber schauen wir doch mal, was so in diesem Podcast geredet wird. Privat auch, das geht noch, ja? Na klar. Wie viele Einwohner hat denn deine Stadt? Ein paar Tausend. Achttausend oder so. Hasten nicht die Leute da oder lieben die sich? Beides. Sowohl als auch. Hattest du da auch schon so, sowas wie geh raus aus der Stadt? Wir hatten ja hier in Dobran auch einen Fall. Ja, ach, das gibt's so paar Mal. Ja, das gibt's so paar Mal. Ne, Hälfte, Hälfte. Oh, die Hälfte, die liebt ihn halt und die Hälfte hasst ihn. Bro, das ist ein Cap. Er trägt da gerade eine Cap. Und die Cap ist halt jetzt keine Cap, sondern dieser verdammte Fahrradhelm. Ich kenne niemanden, der ihn liebt. Ich wette, alle Leute in seiner Stadt, sie hassen ihn. Und die stehen dann auch wie bei Simpsons, so mit Mistgabel und Feuer vor seinem Haus und sagen so, dass er rauskommen soll. Willst du mal über den Fall erzählen, was wir gerade hatten in Dobran? Naja, da war halt so einer, der sich indirekt als notorischer Falschparker vorgestellt hat. Wehst du das? Ich verstehe. Dass in dem Umkreis von fünf Straßen kein freier Parkplatz ist. Die Revolution hat gestartet. Ich feiere auch die Leute, die sich ernsthaft noch mit ihm unterhalten, so als ob das irgendwas bringt. Als ob es jetzt irgendwas bringt, wenn du mit dem Anzeigenhauptmeister diskutiert. Der hundertprozentigste Allmann, den wir in diesem Land haben. Wahrscheinlich wird der sich so denken, so, ach, naja, okay, das hat mich jetzt überzeugt. Ich drück mein Auge zu. Nein, dieser Typ ist der Teufel. Er wird niemals sein Auge zudrücken. Und ja, uns halt die Schuld für seine Fehler gegeben hat. Und uns die Schuld gegeben hat, dass der nicht in der Lage ist, richtig zu parken. Der ist nicht in der Lage, richtig zu parken. Ja, der hat doch jetzt halt Pech gehabt. Ne, der kriegt doch jetzt halt die Anzeige rein. Was soll ich machen? Aber er... Sollte man vielleicht noch der Fahrerlaubnisbehörde vielleicht auch mal noch melden, dass der offensichtlich nicht in der Lage ist, für seine Fehler gerade zu stehen, beziehungsweise ordentlich zu parken. Okay, chill doch. Wie kann er denn immer noch wieder eins draufsetzen? Der Bruder da hat irgendwie einfach so falsch geparkt. Der stand da vielleicht so 1, 2 Zentimeter. Ja, keine Ahnung wo. Der musste vielleicht zu einem wichtigen Termin, Krankenhaus, Apotheke, was Wichtiges abholen. Und jetzt sagt der Anzeigenhauptmeister, man sollte mal bei der Fahrerlaubnisstelle oder was weiß ich anfragen und gucken, ob der noch ganz richtig ist. Bro, chill, Bruder. Chill, Niklas. Relax dich. Du tust gerade so, als hätte der Bruder keine Ahnung, als wäre der gerade mit 300 kmh an einem Kindergarten vorbeigezüchtet und hätte noch 5 Menschen überfahren. Bro, er hat einfach nur falsch geparkt, okay? Und denkst du, seine Wut war berechtigt? Nö. Das ist doch nicht mein Problem, wenn der nicht in der Lage ist, zu parken. Ja, ach weh, es ist nicht dein Problem. Du machst es doch zu deinem Problem, Bruder. Du jagst diesen Leuten doch jeden Tag hinterher. Wenn es nicht dein Problem ist, dann lass sie doch in Ruhe. Aber er hat ja gesagt, es gibt keine Parkplätze. Das ist einfach bloß eine Umschreibung mit anderen Worten von Ich bin zu faul zu laufen. Der Anzeigenhauptmeister verteilt jetzt sogar paar Ansagen in einem Podcast. Was kommt als nächstes? Distrack? Macht er bald einen Distrack gegen alle Falschparker? Ich würde mir den auf jeden Fall reinziehen. Und ich prädikte es euch jetzt schon mal, 2024 wird es den ersten Distrack vom Anzeigenhauptmeister geben. Ihr wollt mir sagen, der Typ hat sein eigenes Spiel? Ihr wollt mir sagen, irgendjemand hat sich gedacht, hey, der Anzeigenhauptmeister ist jetzt gerade im Trend? Ich mache jetzt einfach mal ein Game über ihn. Bro, das ist wirklich der dreisteste Cash-Crab, den es gibt. Der Ersteller von diesem Spiel, der hat doch safe nicht diesen Anzeigenhauptmeister gefragt. Nein, der hat das Spiel einfach gemacht und für 5 Euro angeboten. Für 5 Euro. Das ist echt gottlos, aber ich feiere das. Respect the Hustle. Ich kann mir auch nichts Geileres vorstellen, als mit meinen Jungs so uns am Abend zu treffen auf Discord und dann ein bisschen den Anzeigenhauptmeister-Simulator zu spielen. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung? Ey, da würde ich aber vorsichtig sein, ja, wenn du auch noch seine Stimme benutzt, Bro. Und das ist nicht abgeklärt mit ihm? Bro, dann schon mal viel Spaß mit einer Anzeige, weil wenn er das Wind bekommt, dass irgendjemand mit seinem Namen Geld macht, Bro, der wird dich anzeigen. Der wird dich auseinandernehmen. Der wird dich wirklich auseinandernehmen. Genauso wird er dich auseinandernehmen, wie er auseinandergenommen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es ist da so ein Video aufgetaucht. Doch, da hat mal wieder der Anzeigenhauptmeister sich mit irgendeinem Falschparker gestritten. Das tägliche Drama. Man kennt es doch schon mittlerweile. Und jetzt schaut mal bitte drauf, wie der Anzeigenhauptmeister wirklich einfach nur die Leute anzeigen will und nach den Fehlern sucht. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ist der gerade so hingefallen? Ich muss das nochmal sehen. Der wurde doch jetzt bestimmt irgendwie voll heftig geschlagen oder geschubbt oder keine Ahnung was. Lass mich das nochmal untersuchen. Dann. Alles klar. Der hat kurz diesen, äh, diesen, diesen Cringe-Emoji hat er nachgemacht. Dann. Der ist einfach zusammengesackt. Der hat nur so ganz kurz so, so ein bisschen berührt. Und der lässt sich so dreist hinfallen. Nah, Bro, nah. Das ist wirklich eine neue Stufe an Ekelhaft. Der macht alles, um jeden Cent von der Versicherung zu bekommen, ne? Was willst du sagen? Ey, Bruder, du wurdest gebastet. Ich weiß nicht, ob du es merkst oder so, aber während du dich gerade dorthin fallen lassen hast, ja, die Schwalbe des Jahrzehnts gemacht hast, stand hinter dir dieser eine Bildreporter mit der 60.000 Euro 5 Meter großen Red-Kamera und hat alles in 4K eingefangen. Bro, du wurdest schon gebastet, bevor du es überhaupt mitbekommen hast. Ein Rettungswagen rückte an. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister kommt ins Krankenhaus. Ey, halt's Maul, ne. Halt bitte dein Maul. Du willst mir nicht sagen, du hast den Notruf dafür missbraucht? Dafür. Dann. Das kann nicht sein Ernst sein, ne? Jetzt übertreibt er völlig. Also davor mit den Falschparkern war krass. Aber dass er jetzt dafür diesen Krankenwageneinsatz wastet? Er müsste jetzt eigentlich eine dicke, fette Anzeige wegen Notrufmissbrauch kassieren. Das kann doch nicht sein Ernst sein, bitte. Ich wette, das passiert auch mehrmals unter der Woche. Da wird mehrmals am Tag vielleicht sogar der Krankenwagen gerufen. So, ey, ey, ich wurde gerade schon wieder angegangen. Ja, aber manchmal ist es ja tatsächlich auch zu Recht. Denn der Anzeigenhauptmeister war vor ein, zwei Tagen live. Ich weiß nicht, ob es Instagram ist oder TikTok, aber sieht mir nach Instagram aus. Und hat da einen Livestream gemacht. Und das ist da drin passiert. Also er fährt irgendwo mit seinem Auto entlang zu irgendeinem Parkplatz, wo Feuerwerk ist. Da haben direkt seine Alarmglocken geläutet. Denn da, wo ein Parkplatz ist, sind auch Parksünder. Und deswegen ist er da direkt hin, wollte mal abchecken. Kann er vielleicht ein, zwei Leute knipsen? Und dann ist tatsächlich das passiert. Und an erster Stelle, ich muss das Ganze hier ein bisschen zensieren, denn ich will nicht, dass YouTube auch gemacht. Und nochmal eine kleine Message an YouTube. Ich zeige dieses Video nur zu Aufklärungszwecken. Ich möchte einen dokumentarischen Report über das Geschehene tun. Und dies in einem sinnvollen und guten Kontext darstellen. Wie geht's Ihnen? Gut. War eine gute Fahrt. Ja. Wo waren Sie alles? Viel, viel Auto. Wow, wow. Hat er gerade eine Bombe kassiert? Oh nein, der Arme. Also egal, was er auch vorher immer so getan hat. Oder schlagen muss man jetzt wirklich nicht, ne? Vor allem nicht so ins Gesicht. So, äh, soll er das Foto machen? Ja. Da ruft die Bullen. Ja, die rufe ich jetzt an. Oh Gott, der eine im Chat schreibt sogar noch. Passiert hoffentlich nix. Uiuiui. Also das ist nicht gut gealtert, Bro. Das ist gar nicht gut gealtert, diese Nachricht. Und jetzt chillt der Anzeigenhauptmeister da drin. Und jetzt wird natürlich auch erstmal die Polizei gerufen. Aber diesmal finde ich es auch wirklich korrekt. Und richtig. Ey, jetzt tut er mir wirklich leid, Mann. Das geht echt nicht. Der Arme, Bro, der Arme. Ich habe jetzt vielleicht kurz gelacht oder so. Habe jetzt auch wieder vielleicht kurz gelacht. Aber das meine ich auf Ernst. Das tut mir wirklich leid. Ja. Alles gut, Niklas? Ich rufe jetzt die Polizei und den Rettungswagen. Ja, mach mal. Ja. Gut, dass du. Ganz genau. Alles gut. Ja. Junge, da war's. Können wir noch ein Foto machen? Ja, na klar. Können wir ein Foto machen? Und dann bekommt er dieses Blitzlicht in die Fresse. Ey, chillt doch mal. Der Arme hat gerade eine Bombe kassiert. Der kommt nicht mehr auf sein Leben klar. Und ihr wollt Fotos, Selfie mit dem machen. Und haltet ihm dieses Blitzlicht in die Fresse. Der hat kurz Schlag bekommen und danach noch eine Flashbang. Was? Ja, ja, scheiße. Ja, und hier sind gerade ca. 200 Personen sind hier am Bahnhof. Niklas, guck mal rein. Guck mal rein. Ja. Ich bin hier aber rein. Ich will weg machen. Ja. Niklas, Matthei, Anzeige auf meinen Store. Ich hab's wirklich ernst genommen. Ich hab's wirklich ernst genommen. Bis zu dem Moment, wo er gesagt hat am Telefon, Niklas Matthei, der Anzeigenhauptmeister. Als ob sich irgendjemand bei der Polizeiwoche so denkt, was? Der Anzeigenhauptmeister? Wir müssen da hinfahren. Komm, schnell, schnell. Ein Kollege in Not. Ey, guck mal, jetzt erstmal Spaß beiseite. Das tut mir wirklich leid. Und das ist echt eine Aktion, die deutlich zu weit geht. Aber leider ist sie auch genau das Resultat von den Taten, die er den ganzen Tag tut. Auch wenn das hart klingt und unfair ist, aber es ist doch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er die nächste Bombe bekommt. Ich sag, in den nächsten 30 Tagen wird wieder einmal die Faust fliegen. Die beste Option für dich einfach, Bro, bleib zu Hause, mach den Stream an und spiel einfach den Anzeigenhauptmeister-Simulator. Spiel den einfach, bitte. Da kannst du dich auch nicht verletzen und kannst trotzdem noch deinem Beruf nachgehen. Ist doch auch was Schönes, oder? Und zusätzlich f***st du noch keine anderen Leute ab, die einfach nur ein bisschen anders parken wollten in der Stadt, was niemanden juckt. Hab den Anzeigenhauptmeister einen Song von mir gezeigt. Oh nein, der nächste. Kann ich, äh, kann ich meinen Song zeigen? Bruder, das ist definitiv kein Song von dir. Und ich muss das jetzt auch erstmal muten, weil ansonsten wird das Video gekopyrightet. Aber schauen wir mal, was der Anzeigenhauptmeister so zu diesem Song, äh, sagt. Ich werde ihn einfach mal nachsynchronisieren. Komm over, baby. Come on, come on. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Come over, baby. Come to me. Lot the D. Check, check, check. Oh, rock on me. I gotta rock on me. I gotta rock on me. I gotta woo. I gotta woo, 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 woo. You won't believe. I gotta woo. You wanna want believe. You gotta woo. Der hatte gerade Kulturschock bekommen. Vor allem auch, wie er in dieses Handy reingeschaut hat, bro. Chill, chill, chill. Relax dich. Ich konnte gerade in deine Seele sehen, bro. Und so wie es aussieht, fand er den Song echt hardcore, Scheiße. Diese Situation ist auch zu geil. Der chillt einfach so irgendwo am Bahnhof. Da kommt jemand zu ihm. Sagt so, ja, kann ich dir einen Song zeigen? Dann macht er so dieses, dieses, dieses TikTok und hält dir das Handy in die Fresse. Fragt danach der Meinung und das war's dann. Die normalste Begegnung an einem Samstagnachmittag. Wer kennt es denn nicht? Immer mehr Modesünden prägen die Innenstadt. Um gegen dieses Stilvergehen vorzugehen, haben wir einen echten Experten beauftragt. Okay, und jetzt nimmt die Psychose ihren finalen Lauf. Äh, Entschuldigung? Ja? Sie überschreiten mit ihren Löchern die zusätzliche Lochgröße. Das ist eine klare Behinderung für die Altstadt-Sicht. Kann ich Ihnen ja gerne vermessen. Ist das... Ja, das ist, das... Ja, das ist mein Ernst. Da schreibe ich Ihnen 50 Euro dafür auf. Was? Und das ist ein Gutschein. Wie viel Geld hat er dafür bekommen? Also ich muss erst mal sagen, smarter Move von diesem Modehaus. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr smarter Business-Move. Aber trotzdem, wie viel Geld hat er dafür bekommen, Mann? Und wie viel hat der dafür bekommen, diese zerrissene Hose zu tragen, dass der Anzeigenhauptmeister ihn dann flamet? Stell dir mal vor, dieser Typ macht dich dumm an wegen deinem Outfit. Ja, für das Modehaus Zinser. Da können Sie eine neue Hose kaufen. Haben Sie ein Foto von mir gemacht? Die Hose vergehen leider zur Anzeige bringen. Schlaghosen sind seit den 80ern nicht mehr zugelassen. Sie verstoßen damit gegen geltendes Recht. Sie zeigen mich wegen meiner Schlaghose jetzt an. Richtig. Das macht 50 Euro beim Zinser. Ey, meine letzten Gehirnzellen schmelzen gerade dahin. Ich gucke mir gerade wirklich eine Werbung vom Anzeigenhauptmeister an. Boah, das ist zu krass, wirklich. Das ist zu krass, Mann. Das war es jetzt auch erst mal. Ich muss meine Gehirnzellen erst mal wieder erholen. Ich muss erst mal mir jetzt einen Tee reinziehen und mir eine kurze Pause genehmigen. Und damit, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abonnement da. Ich würde mich riesig freuen und vergesst nicht, meinen 2-Channel abzuchecken und zu abonnieren, verdammte Scheiße. Da kommen jetzt neue Videos. Bennert der Kleine. Schreibt es euch hinter die Ohren. Bennert der Kleine. Peace out.